Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play zu 7 Days to Die. Und Freunde, ich habe gesagt, wir nehmen uns dieses Haus jetzt als Basis erstmal, als kleine Basis. Irgendwas ist hier drin. Ich hoffe, hier finden wir erstmal was zu essen. Das wäre jetzt sehr, sehr wichtig. Ein Bett bringt mir alles nichts an. Wenn nicht, müssen wir... Obwohl, das bringt uns alles nichts. Wenn wir hier nichts finden zu essen jetzt... Kochtopf. Das ist schon mal sehr, sehr schön, Freunde. Dann können wir uns wenigstens kurz was machen. Und ruhig. Das ist super. Schönes Haus. Da ist die Toilette wieder. Das selbe Haus wie wir vorhin eigentlich... Nehmt es mit. Wir brauchen es halt. Und Lootbeutel. Gut. Dann haben wir das schon gelootet hier, ne? Ist okay. Dann werden wir uns oben erstmal... Ähm... Die Kerze kommt erstmal weg. Ach, hier ist noch Kämpfeier. Okay. Kämpfeier. Rein mit dir. Sind jetzt zwei. Ist egal. Holz rein. Und dann machen wir uns erstmal Spiegel her. Auch wenn die... Achso, wir können das gar nicht... Bolt weg. So blöd wie es ist. Nein. Ach, wir brauchen Bottled Water. Moment. Dann haben wir da noch Bottled Water draus. Ja, erstmal... Das dauert jetzt ein bisschen. Dann müssen wir halt jetzt durch. Ich könnte natürlich... Ja, komm, wir gehen ein bisschen Holz machen. Draußen, ne? Dass wir hier alles verstärken können danach. Äh... Wo war der Ausgang da? Es wundert mich so ein bisschen... Dass hier keine Zombies... Oh. Ja. Gerade sag ich, da kommt die Erste. Und will uns ärgern. Und da schießen wir davon in den Kopf. Oh, oh. Bei was hänge ich? Nein, nein, nein. Lass das. Lass das. Lass mich in Ruhe. Wie gesagt... Habe ich jetzt meinen Bogen weggeschnissen? Wie kann das sein? Habe ich hier irgendwo? Habe ich irgendwo? Ich glaube, ich habe keinen Bogen mehr. Ich haue jetzt erstmal den Baum kurz, dass ich ein bisschen Holz kriege. Dass ich mir einen Bogen machen kann. Bogen, 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 Bogen. Oh, scheiße. Bo, bo, bo. Querst. Weg, weg, weg. Ich hoffe, wir kriegen die Gläser wieder, wenn wir das Boiled Eggball machen. Das wäre sehr, sehr wünschenswert, Freunde. Kräuter Bogen, da. Oh, Level 25 mittlerweile. Sollte ein bisschen mehr Durchschlagskraft haben, ne? Oh, oh, der war wieder perfekt geschossen. Ich gehe noch ein bisschen weg. Ich mag das nicht, wenn hinter mir Sachen sind. Aber so kann man besser zielen, finde ich, in der Gattungsinstellung. Oh, Headshot. Oh, Gott. Na? Oh, nee. Mann, jetzt lauf doch nicht so bescheuert hier rum. Hey, da will ich mich doch... Da willst du mich doch echt verarschen, oder? Äh, ähm, ja. Das war knapp. Schieße ich dir halt in den Bauch. Das ist mir jetzt auch egal. Hauptsache, du bist weg, bei mir. Noch einer in den Arsch. Boah, er geht mir auf den Schnerz hier. Essen, 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 essen. Eat. Hast du auch noch was dabei? Ja, die hat keinen Kopf mehr. Oh, ich bin essig. Essen, 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 essen. Trinken können wir uns ja machen, eigentlich. Wir bräuchten aber irgendwo Wasser. Eine Wasserquelle wäre schön, wenn die hier auch irgendwo noch ist. Machen wir erstmal zu, dass wir hören, wenn die anklopfen. Gehen wir mal hoch. Gucken mal, ob das Wasser soweit ist. Äh, na. Brennt das scheiß Feuer jetzt doch durch. Ich dachte, das hört auf. Müssen wir uns die jetzt eigentlich machen? Ach, komm, wir machen schon. Ich glaube, das ist gut, wenn wir was haben. Wie sieht's denn eigentlich aus? Ja. Dann Craften. Yucca. Was wir können. Fünfmal. Und dann fehlt uns wieder Yucca. Das ist blöd. Aber gut, wir haben wenigstens was. Einmal haben wir jetzt Eier gemacht, oder was? Warum können wir nicht mehr machen? Wir brauchen für einmal viermal was? Nee. Achso. Muss das hier drin sein vielleicht? Ja. Bringt uns das überhaupt? Plus vier. Das ist so wenig. Aber ich hab halt grad nix. Wir müssen auf die Jagd gehen jetzt. Kann man das abbrechen? Komm, abbrechen. Dann essen wir mal das noch. Dann essen wir das noch. Und dann tun wir halt... Können wir hier sagen, aus. Danke. Haben wir hier irgendwas, wo ich meine Sachen reinlegen kann? Sieht nicht so aus. Das Haus sieht auch sehr baufällig aus. Wir tun hier jetzt erstmal ein paar Sachen rein. Das behalte ich gleich mal. Leder. Das, das. Ja, die Karten hoch brauche ich jetzt auch nicht. Okay, jetzt haben wir ein bisschen Platz. Dann werden wir jetzt ein bisschen schauen, dass wir so ein Hirsch hier kriegen. Ach, komm schon. Bleib stehen. Bitte bleib stehen. Habe ich denn jetzt nicht getroffen? Aua, was war denn das jetzt? Hier ist, bleib stehen. Hoffentlich haut er uns jetzt ab. Wir brauchen das Fleisch. Hirschlein. Das gibt es doch nicht. Hirsch. Das ist ein bisschen nervig, dass wir hier... Wo ist der Hirsch? Da vorne. Das ist ein bisschen nervig, dass wir hier jetzt berghoch und so langsam sind. Das ist natürlich realistisch, aber gerade wenn man jagen ist oder so. Wir finden nur noch 16 Pfeile. Wir müssen dann auch gucken, dass wir Pfeile finden. Hirsch. Ach nö, ich stehe jetzt wieder weg oder was? Was habe ich denn jetzt verloren? Da wird jetzt irgendwie einen Haken geschlagen haben und ich habe es nur gesehen. Das ist jetzt sehr ungünstig. Wir brauchen den. Wir brauchen Fleisch. Da ist eine Hütte. 2 Stück sind hier mindestens. Ich hoffe, dass hier was zu essen drin ist irgendwie. Drei Stück sind hier. Okay. Nicht wieder an irgendwas hängen bleiben. Das war zu langsam, verdammt. Noch was hinter mir? Ne. Jetzt fallen wir mal her. Wir haben keine Pfeile mehr. Das ist richtig ekelhaft gerade. Oh ja. Und dann muss man natürlich noch so fädeln. Ich muss jetzt hier reingucken, ob ich da was zu essen finde. Okay. Nicht so schön. Ich hoffe, ich komme hier irgendwie lebendig raus. Ah. Da ist noch eine Kühlbox. Nirgends ist Essen drin. Das gibt es doch nicht. Hier vielleicht im Auto. Oh 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 oh. Nix drin, nix drin. Weg, 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 weg. Erstmal. Was ich machen kann. Das Zeug hier zerschlagen, dass wir Stoff kriegen. Für, für, für Schlafsack dann. Und dann gehen wir erstmal zurück und versuchen uns da ein bisschen einzurichten. Aber ohne Essen ist echt ekelhaft gerade. Was ist mit dem Haus da vorne? Da jemand drin? Wir bräuchten mal ein paar Federn. Nein, das war ein scheiß Stein. Boah. Da. Wo denn? Da. Ich habe mir da natürlich jetzt auch keine Markierung gesetzt, wo unser Haus war. Das ist jetzt natürlich genial. Wenn ich das wieder finde, ich brauche jetzt erstmal Federn. Erstmal Federn suchen. Jetzt ist es schon wieder 15 Uhr. Das heißt, so langsam sollte man uns auch einen Platz zum Schlafen suchen. Da ist auch schon wieder ein Zombie. Das ist doch nicht normal hier. Sind denn hier keine Federn, da ist Schmeiz. Das ist schön. Da vorne bei den Zombiesägen. Nest. Da, 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 da. Hinten ist noch alles. Das ist jetzt echt... Irgendwie läuft das alles gerade suboptimal. Muss ich zugeben. Fällt mir nicht so. Das ist echt... Was fehlt denn jetzt? Es fehlt uns Holz. Na gut, aber Holz sollte... Oder ist schnell besorgt. Das ist... Nicht das Problem. Oh, nein. Nicht abstößen. Es sind noch Füße, Beine brechen oder so ein Scheiß. Das fehlt jetzt noch. Mann, 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 Mann. Ich glaube, ich stelle mich auch gerade ein bisschen an. Aber... Da geht mir trotzdem noch ein bisschen Holz hier weg. Dann werden wir zurück zu der Hütte machen. Wo wir das letztes gesehen haben und schauen. Wie sieht es denn aus? Ja, 21% Water. Das ist auch nicht so viel, ne? Ja, natürlich. Was fehlt uns jetzt dafür? Fiber. Mann, ich werde hier noch wahnsinnig. Ich komme zu nix. Es ist Tag 2. Und an Tag 6 kommt, glaube ich, irgendwie Hunde oder so. War das nicht so? War da nicht irgendwas? Ich glaube schon. Ich werde langsam nervös. Weil wir noch überhaupt nichts eigentlich geschafft haben. Und ich eigentlich nur ins Überleben kämpfe mit Essen und so'n Scheiß. Alles nicht das Wahre. Ein großer Tiefers ist noch nicht gestorben. Aber, ja. Wasser habe ich auch noch nirgends gefunden, wo ich meine Wasserforschläge erfüllen könnte. Wo war jetzt dieses... Ich laufe ja komplett falsch. Moment mal. Diese Richtung irgendwo muss das Haus gewesen sein. Ich bin schon wieder total verwirrt, Freunde. Total verwirrt. Ich hätte mir Markierungen machen sollen. Das war... Da ist ein Haus. Da ist es doch. Na, wo seid ihr? Seid ihr abgehauen? Hast du nur einen Eingang? Das sind Zombies. Ja, dann probieren wir hier mal uns reinzuschlagen. Ich hoffe, wir werden nicht bemerkt. Keine Stamina. Wir müssen warten. Sind aber nicht entdeckt. Das ist gut. Aber dieses Haus gefällt mir eigentlich nicht, weil es keinen zweiten Stock hat. Wir müssten uns dann vielleicht aufs Dach bauen oder so. Ich weiß es nicht genau. Wir brauchen Essen. Essen ist wirklich ein Problem. Das ist... Wir müssen Tiere jagen. Wir müssen Pfeil im Bogen Tiere jagen. Können wir... Können wir... Dorb... Ach, habe ich schon wieder. Machen wir gleich die Tür wieder rein, wenn ich sie finde. Hallo, könntest du die zersetzen, bitte? Okay. Von außen ging es von innen nicht, warum auch immer. Wir müssen leise sein. Trotzdem, nochmal zwei Gläser. Das ist schön, aber ich brauche... Das ist sehr gut. Kaffee natürlich auch, aber... Was hauen wir dafür jetzt weg? Lass mal das. Gläser, Gläser, Gläser. Ja, dann brauchen wir aber auch erstmal... Irgendwo eine Wasserquelle. Ohne Wasserquelle haben wir ein Problem. Und ohne Essen auch. Da geht es noch draußen, schätze ich. Geht es hier rüber? Geht es hier... Gibt es hier einen Keller? Ne. Wir durchsuchen. Oh, bessere Klamotten. Bessere Klamotten. Dann lassen wir das mal hier. Und das und das. Momentan können wir damit anfangen. Geht halt nicht. So. Sind wir ein bisschen besser geschützt auf jeden Fall. Das ist gut. Ja, komm. Das Wasser nehme ich mit jetzt. Lass ich... Ne, halt mal. Da war doch... Wir haben doch noch so eine Kräule. Da war doch die viel besser. Ne, wir haben doch lieber die bessere Kräule mit. Habe ich noch gar nicht benutzt. Fällt mir gerade auf. Jetzt geht uns gleich wieder die Axt kaputt, Freunde. Das ist... Ja. Wir können, glaube ich, keine neue herstellen, weil ich kein Plantweiber habe, ne? Läuft bei uns. Läuft bei uns, Freunde. Ja, ich weiß nicht, ob wir hier bleiben sollen. Ja gut, diese Nacht mit Sicherheit. Aber... Dann bin ich noch nicht sicher, Freunde. Warum ist die jetzt nur Stufe... Warum haben wir hier eine Stufe 2 Axt noch? Können wir mal wegschmeißen. Nein. Ich möchte hier noch... Ich fühle mich hier überhaupt nicht. Ich glaube nicht, dass wir hier die Nacht überleben werden. Jetzt ist gerade Ruhe. Oder auch nicht. Da ist was kaputt gegangen. Da ist was kaputt gegangen. Ich kann da nicht durchschießen. Ja, komm, mach auf hier. Ich hoffe, es ist nur er. Kann ich die schon mit dir bauen? Nein. Ähm, das heißt für mich, schnell eine Dorn noch mal bauen. Ich fühle mich hier sowas von gar nicht wohl, Freunde. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Aber mir bleibt ja nichts übrig, wie jetzt heute Nacht hier zu bleiben. Die andere Tür auch noch schnell verstärken. Die ist verstärkt. So. Dann versuchen wir hier noch schnell reinzukommen. Was da noch drin liegt. Und dann... War es das für die Folge. Ich weiß, ähm... Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die Nächte auch sehen wollt. Auch wenn nichts passiert. Irgendwie finde ich es trotzdem immer... Kann interessant sein. Muss nicht, aber kann. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt brauche. Oh, Schematik. Ja, genau das Falsche. Ja, wir haben einen Kohldampf geblöd. Ja, ganz klar. Long Barrel Shot. Dann haben wir gelernt. Das ist schön. Ähm, was ich aber noch machen wollte. Ein Sleep... Ach, nicht mit zwei L, mit zwei E. Hier. Sleeping Bag 1. Wenn wir drauf gehen, dass wir zumindest hier spawnen können. Ich glaube, das ist eine gute Sache. Ähm... Wir werden auch... Ja, wir schlafen hier drin. Scheiß drauf. Zack. Gut, dann haben wir jetzt ein Spawn. Da werden wir jetzt erst mal einen Moment... Hier mal ranzoomen. Äh... Wird sogar angezeigt. Okay. Ah ja, okay. Wird angezeigt. Gut, Freunde. Dann war es das für die Folge. Wie gesagt, schreibt mir es in die Kommentare, ob ihr die Nächte sehen wollt oder nicht. Außer natürlich, wenn was passiert, dann ganz klar. Dann würde ich ihr aufnehmen. Aber wenn es wie in der letzten Nacht ist, wo nicht wirklich was passiert ist, ob ihr es trotzdem sehen wollt. Gut, dann danke ich euch fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Habt noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Haut rein. Ciao.